Ja, es ist persönlich. Es ist persönlich gegen den Max. Ja, ich habe ihn gezielt herausgefordert. Ich wollte ihn unbedingt haben. Ich will einfach mal in den Käfig reinlaufen und mich einfach nur kaputt hauen mit ihm. Eine Zunge ist einfach ein Stück Fleisch. Macht nichts. Meine Fäuste sprechen danach. Man hat es, also ich stand ja nun zweimal direkt daneben. Man hat gemerkt, man konnte die Luft schneiden. Die Stimmung war aufgeheizt. Wie kurz davor war es, dass da am Ende wirklich eine Faust fiegt? Ich will ihn einfach nur aufs Maul hauen. Ich brauche das. Hallo liebe Kampfsportfreunde, wir sind hier im Munich MMA, im wunderschönen München. Es sind nur noch wenige Wochen bis zum großen Event NFC 5 mit dem Hauptkampf um den Titel im Federgewicht. Neben mir sitzt da der Champion Mohamed Rabelsi. Er bekommt es zu tun. Inzwischen weiß es ganz Kampfsport Deutschland mit Max Koga aus Frankfurt. Es ist eine Menge passiert in den letzten Wochen. Momo das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, war bei NFC 4. Dort seid ihr zum ersten Mal aufeinander getroffen. Wir haben ein Sit-Down-Interview gehabt, ein recht langes, das am Ende ein bisschen eskaliert ist. Es gab einen Stair-Down im Cage, der sehr eskaliert ist. Und es sind seitdem viele Worte gefallen von den Fans, von den Zuschauern. Es gab ein Interview mit Max Koga und wir wollen die Gelegenheit hier nutzen, um nochmal mit dir über alles zu sprechen, so kurz vor dem Kampf. Zunächst vielleicht, wie hast du dieses Interview damals erlebt? Dieses Sit-Down-Ding. Das hat ja eine Menge Reaktionen ausgelöst, positive wie negative. Wie hast du es erlebt? Für mich war das ganz entspannt. Ich habe mich sehr wohl gefühlt, dass ich auch vor ihm gesessen bin und ja, ich habe gemerkt einfach, dass er voll angespannt war. Die Art und Weise, wie er geredet hat, die Art und Weise, wie er sich artikuliert hat. Und ja, ich bin der Champ und deshalb habe ich mich voll entspannt gefühlt. Und ja, ich sag dir, wie ich es empfunden habe. Ich fand am Anfang oder hatte ich zumindest das Gefühl, dass du dich mit der Sache nicht so ganz wohl gefühlt hast, bevor das Interview losging. Es war im Vorfeld klar, Max ist ein schlagfertiger Typ, ist ein erfahrener Junge, hat viel Erfahrung auch mit Medien. Dementsprechend hätte das natürlich auch für dich vielleicht nach hinten losgehen können. Aber man hat gemerkt, im Laufe des Gesprächs hast du dich immer wohler gefühlt. Also ich hatte das Gefühl, dass du während dieses Gesprächs irgendwie aufgeblüht bist. Stimmt das? Ja, das stimmt. Ich habe mich einfach wohl gefühlt. Ich war nicht unter Spannung. Das war, ich nehme den Max ernst, aber der, was soll ich sagen, der versucht mich zu provoziieren, der versucht irgendwas zu machen. Ja, wir mögen uns nicht und ich warte einfach auf den Kampf. Ich will einfach nur endlich kämpfen. Ich will einfach mal zeigen, wer ich bin. Ich will einfach mal, ich will, dass es nochmal losgeht. Das ist es. Und für mich war das einfach beim Interview voll entspannt. Ich habe auch die Fragen beantwortet. Da hat mich die ganze Zeit versucht zu provozieren, auch mit den ganzen Medien und alles. Aber für mich ist gar kein Problem. Es ist alles entspannt. Der wird schon bekommen, was er verdient hat. Es gab im Nachgang viele Reaktionen, auch von den Zuschauern, habe ich gerade schon gesagt. Einige haben sich so ein bisschen gewundert über, ja, über diese Eskalation im Nachgang. Ihr seid ein bisschen aneinander geraten. Musstet getrennt werden. Viele haben gesagt, das sah ein bisschen komisch aus. Worte wie Fake sind gefallen oder wie Theater. Was sagst du dazu? Also wir haben ja Max selbst auch schon mal gefragt. Er hat gesagt, nee, nee, der Hass ist real. Da ist nichts gefaked. Was ist, woher kommt das? Was glaubst du, wie die Leute darauf kommen? Ich weiß es nicht. Die denken vielleicht, das wäre irgendwie nur eine Show, wie die es halt auch gesagt haben oder im Interview gehört haben. Es ist einfach, es ist keine Show. Wir wollen uns einfach aufs Maul hauen und es wird einfach genauso passieren am 18.09. Und ja, der provoziert und provoziert und provoziert weiter, hat sehr viele Leute von mir eingemischt, auch in den Social Medien und hat sehr viele Posts gemacht und alles. Also es ist, es ist kein Spaß. Es ist kein Spaß. Also es wird krachen. Es wird krachen. Wir mögen uns nicht und wir werden uns aufs Maul hauen. Ich werde ihm aufs Maul hauen. Das ist lustig, weil ähnliche Kommentare hören wir natürlich auch von ihm und der Kollege Big Daddy war vor, naja, gut zwei Wochen in Frankfurt bei Max im Gym und da gab es noch mal eine Drohung aus Frankfurt. Ich weiß, du hast das Interview geschaut. Wir werden gleich noch mal drüber sprechen. Wir haben aber eine Szene mal rausgepickt, die wir dir gerne noch mal vorspielen würden, um es noch mal ins Gedächtnis zu holen und ich hätte gerne eine Reaktion von dir dazu. Ich drücke einfach mal auf Play. Ach, dann kommt so komische Scheiße bei raus. Dann gibt es einfach nichts mehr zu sagen. Irgendwann gibt es eine Frankfurter Schelle und fertig. Ja, es ist halt einfach so. Also eine Frankfurter Schelle wurde da angedruckt. Eine Frankfurter Schelle. Von mir wird eine bayerische Watsche bekommen und direkt hinterher wird schön eine tunesische Schalburg heißt es bei uns. Ja, und ich werde einfach nur sagen, lass dich überraschen. Also eine bayerische Watsche habe ich daraus gehört. Genau. Bayern gegen Frankfurt. Also sozusagen die Überschrift. Wie hast du das Interview von Max erlebt? Also war ja auch relativ lang. Ich muss sagen, er hat, er hat da ein bisschen offener gesprochen als in diesem Sit-Down. Wahrscheinlich, weil er nun dich nicht auch gegenüber sitzen hatte. Hat er dich auch gelobt, muss man sagen. Er hat gesagt, du bist ein guter Kämpfer, ganz ohne Frage. Aber hat, wie gesagt, natürlich auch noch mal markeige Drohungen ausgesprochen. Hat dich das noch mal zusätzlich motiviert? Was heißt, das hat mich einfach zusätzlich motiviert. Also er kann sagen, was er möchte. Er kann sagen, was er will. Und ja, das, was er sagt, interessiert mich nicht. Sondern ich mache einfach mein Ding und versuche es einfach zu meistern. Ja, und ja, er versucht die ganze Zeit zu provozieren. Er versucht irgendwie ein bisschen Wut, ein bisschen Hass von mir rauszukitzeln. Aber das bekommt er noch. Ich, meine Fäuste sprechen für mich. Das ist es. Wir haben gerade im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen. Das macht man so, bevor man ein Interview führt. Kleines Vorbereitungsgespräch. Du hast gesagt, du hast ja eigentlich für dieses, für dieses Interview, bei dem wir gegenüber saßen, hast du dich eigentlich noch ein bisschen zurückgehalten. Du hast dir viele Sachen aufgespart, weil du dachtest, du willst es am Abend vor Publikum sozusagen raushauen. Die, die, die ganz harten Dinger, die du dir sozusagen zurechtgelegt hattest im Vorfeld, für alle, die das vielleicht auch noch nicht ganz mitbekommen haben. Wir hatten ja zuerst diesen Stairdown im Käfig gepostet und danach dieses längere Interview. In Wirklichkeit war es aber umgekehrt. Das Interview hat vormittags stattgefunden und diese Geschichte im Käfig gab es abends. Das heißt, da hattet ihr das Interview schon. Und deswegen ist diese Situation auch direkt eskelert. Du kamst ja gar nicht dazu, irgendwas zu sagen, weil er sofort wieder auf dich losgegangen ist. Warst du da ein bisschen überrascht, dass das sofort wieder in diesen Eskalationsmodus ging? Nein, ich war nicht überrascht. Das ist ja sowieso, wie du es gesagt hast, schon im Nachmittag und im Interview ist sowieso schon ein bisschen eskaliert und da wollten wir uns unbedingt schlagen, aber es geht nicht. Es geht nicht. Ich werde nicht dafür bezahlt und ja, wir wollen auf jeden Fall, dass der Kampf stattfindet. Aus dem Grund haben wir es nicht gemacht. Deshalb warten wir auch bis zum 18.09. damit es dann offiziell ist. Und ja, ich habe es nicht anders erwartet im Käfig und aus dem Grund habe ich mir die ganzen Sachen aufgehoben. Ich habe mir gedacht, vielleicht für den Abend, dass es eher mehr Publikum und mehr Kamera auf ihn gestellt sein werden und das hat ihn auch mehr gejuckt. Und wie ich das Interview von ihm angeschaut habe, er hat gemeint so, ja, ich konnte nichts dazu was sagen, weil ich mit den Gedanken woanders war und keine Ahnung was. Ich war da. Ich war nirgendwo mit den Gedanken. Ich war da. Ich habe das gesagt, was ich sagen wollte. Ich habe das gemacht, was ich machen wollte. Und am 18.09. wird hier die weiteren Ergebnisse sehen. Ich war während dieses Interviews ein bisschen überrascht, dass Max tatsächlich ernsthaft angefressen wirkt. Ich habe ihn ja auch mehrfach darauf angesprochen. Er hat sich das offensichtlich tatsächlich irgendwie zu Herzen genommen, die ganze Geschichte. Ich fand, du wirktest eher so ein bisschen, ich würde sagen, ja, du hast ja selbst gesagt locker, so ein bisschen, ja, hast dich da mehr oder weniger wohl gefühlt. Das ist zum Ende hin, finde ich, aber auch ein bisschen gekippt nach dieser Schubserei, weil da sind einige harte Worte auch gefallen auf beiden Seiten. Gab es einen Moment, wo du selbst ernsthaft auch wütend warst, wo du gemerkt hast, okay, jetzt kotzt mich die Sache auch an? Handgreiflichkeit. Mag ich nicht. Sondern wir können gerne reden, aber sobald es bis zu einem bestimmten Punkt kommt, ich stehe auf und ich mache es. Kein Problem. Ich brauche keine Menschen, die hinter mir stehen. Ich muss nicht sagen, meine Frankfurter Jungs, meinen Club, Nachtclub und keine Ahnung was, sondern ich bin da. Ich stehe alles Mann da. Willst du dich hauen? Ich bin da. So habe ich zu Hause gelernt. Mann steht sein Wort und er haut sich. Ja, und der Max hat immer geredet so, ja, meine ganzen Frankfurter und keine Ahnung, der hat irgendwelche Sachen jedes Mal reingehauen und dann hat er irgendwann mal gesagt, komm, wir stehen jetzt auf. Jetzt sofort ist er aufgestanden und komm mal her und komm mal her. Kein Problem. Ich bin da. Ich bin da. Und ich mache es auch. Aber es lohnt sich. Am Ende lohnt es sich nicht. Für mich. Für mich. Und deshalb ist auch nicht so viel passiert. Provoziert hat er mich nicht wirklich, sondern entspannt. Aber wenn er mich wirklich, also wenn ich wirklich ausrasse, dann läuft es ganz anders. Und da brauche ich niemanden dafür, sondern ich mache es selber. Aber ich kenne meine Grenzen. Die Frage kam ein paar Mal von Zuschauern. Mensch, wenn die sich so hassen, warum hauen die sich denn nicht direkt in die Fresse, sondern schubsen sich da nur so ein bisschen rum oder ringen da ein bisschen miteinander? Jetzt muss man sagen, in der Geschichte des Kampfsports gab es so eine Situation relativ selten, dass tatsächlich Fäuste auch geflogen sind. Du hast es gerade gesagt, da steht dann ein Kampf auf dem Spiel. Niemand wird dafür bezahlt. Es kann eine Menge passieren. Da haben sich die meistens schon im Griff. Dennoch, man hat es, also ich stand ja nun zweimal direkt daneben, man hat gemerkt, man konnte die Luft schneiden. Die Stimmung war aufgeheizt. Wie kurz davor war es, dass da am Ende wirklich eine Faust fliegt? Kurz davor. Kurz davor, ja. Ich kann das nicht. Ich kann es nicht. Wenn ich will, ich mache es. Aber ich zögere noch gerne. Ich zögere noch. Ich warte auf den richtigen Moment, wie ich es auf dem Interview gesagt habe. Ich brauche diese noch mehr Spannung. Ich brauche den Kick. Ich brauche das, was man einfach spürt beim Kampfsport. Das, was man einfach spürt beim Kämpfen. Genau das brauche ich. Und da reagiert mein Körper direkt. Aber Interview, ein bisschen hin- und hergerede, ein bisschen hin- und hergelaber. Mach. Sag. Eine Zunge ist einfach ein Stück Fleisch. Macht nichts. Meine Fäuste sprechen danach. Deshalb. Fäuste sprechen lassen kannst du am 18. September bei NFC 5. Und da wird eine andere Situation sein als bei deinem letzten NFC-Auftritt. Dich haben wir ja selbst dort gesehen bei NFC 3. Da war die Halle noch leer. Da mussten wir ohne Publikum veranstalten aufgrund von Corona. Bei eurem Stairdown waren ein paar Zuschauer drin, aber es durfte aufgrund von den Corona-Bestimmungen nicht viele Leute in die Arena. Jetzt können wir den Saal ausverkaufen. Das heißt, die Hütte wird voll sein. Du hast die Frankfurter Jungs jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Die waren auf jeden Fall schon fleißig. Die haben einen Haufen Tickets gekauft. Also ich sag mal, ein Drittel der Halle wird wahrscheinlich mit Frankfurt dann voll sein. Das heißt, die Atmosphäre wird natürlich so sein, dass die Leute größtenteils hinter Max Koga stehen. Spielt das eine Rolle für dich? Nein. Es wird keine große Rolle für mich spielen. Das ist einfach ein Battle zwischen mir und er. Wir hassen uns. Wir werden uns fotzen. Und das war's. Das ist es. Mich juckt es nicht, was draußen ist. Mich juckt es nicht, was die Leute draußen sagen, was da draußen passiert. Sondern ich will kämpfen. Ich lebe für einen Sport. Ich lebe nicht für das, was die Leute draußen sagen. Ich lebe nicht für das, was die Leute erzählen oder behaupten. Sondern ich lebe für einen Sport. Und ja, ich werde einfach dahin. Handschuhe anziehen, in den Käfig reinlaufen und einfach loslegen. Das ist es. Jetzt hast du nach deinem Sieg bei NFC 3 gesagt, ein Kampf gegen Saba beispielsweise. Saba Bulagi würde dir nichts bringen. Und du hast, was ja derjenige, der Max Koga herausgefordert hat. Dieser Kampf ist ja im Grunde auf deinem Mist gewachsen, muss man sagen. Du hast gesagt, das wäre der Kampf, der dir jetzt aktuell am meisten bringt. Max war bei KSW. Jetzt ist der Kampf noch nicht gewesen, hat er nicht stattgefunden. Aber hat dir das schon was gebracht? Denn man merkt ja, es ist eine Menge Hype um diesen Kampf. Die Videos ziehen, Haufen Klicks, eine Menge Aufmerksamkeit. Jeder in Kampfsport Deutschland redet gerade nur über diesen Fight. War es das, was du damit bezweckt hast? Ich sage es nochmal. Saba Bulagi und Sascha Schaman, die werden mir in meiner Karriere, meiner Meinung nach, nichts bringen. Es sind super Jungs, es sind starke Athleten. Aber ich wollte gezielt. Ich wollte unbedingt den Max haben. Einfach gezielt. Es geht nicht darum, ich wollte nicht den Saba Bulagi. Ich wollte unbedingt den Max. Einfach so. Es hat mich einfach gejuckt. Es hat mir einfach gefallen. Ich habe es gemacht. Ich habe es mir erlaubt. Es ist meine Meinung. Es ist meine Entscheidung. Er hat es einfach angenommen. Wie er es gesagt hat, er wurde das allererste Mal in seinem Leben herausgefordert. Hier, kriegst du es. Das ist es. Ich habe es gemacht. Es gab ein paar Kommentare in die Richtung, dass dieser ganze Trash-Talk vielleicht auch einen Tacken zu weit ging. Das ist ja eine Diskussion, die momentan ohnehin sehr, sehr viel geführt wird. Stichwort Conor McGregor, der da ein paar Mal über die Stränge geschlagen ist, weit unter der Gürtellinie gelandet ist. Bei euch landeten viele Sachen auch unter der Gürtellinie. Man kann sagen, auf beiden Seiten. Max mit diesen, ich sage mal, homosexuellen Anspielungen. Du hast ihn so ein bisschen auf seine Haargeschichte angesprochen. Ist das etwas, was für dich in Ordnung geht? Gehört dazu? Oder sagst du, Mensch, brauche ich eigentlich nicht? Muss nicht sein. Wenn es passiert, kein Problem. Er hat damit angefangen und wollte es ein bisschen reinpushen. Kein Problem. Also ich habe jetzt nicht wirklich viel mitgemacht, aber ich hatte auch ein paar Sätze, wo ich ein bisschen raushauen wollte. Und ja, der hat es auch danach, nach dem Interview und alles, hat er auch schon noch weitergemacht und hat noch meine Familie mit einbezogen. Und ja, ich lasse es so. Ich lasse es so. Ich habe Bock. Ich habe Bock. Lieber Maximilian, sei einfach ready am 18.09. Ich habe schon ein paar alte Geschichten von dir. Also sei einfach ready. Wir werden uns fotzen. Es wird geil. Es wird nice. Ich habe Bock drauf. Ich habe Bock drauf. Ich habe dich das im letzten Interview schon gefragt. Ich stelle die Frage aber nochmal. Wir haben im Vorfeld ja auch die Zuschauer um Fragen gebeten. Die Frage kam ein paar Mal rein. Und jetzt ist ja auch ein bisschen Zeit vergangen seit dem letzten Gespräch. Du hast gerade zu mir gesagt, du hast dir ein paar alte Kämpfe von ihm auch angeschaut, Videostudium betrieben. Die heiße Phase läuft ja jetzt für der Wettkampfvorbereitung. Deswegen ist es glaube ich okay, wenn man die Frage auch nochmal stellt. Was glaubst du? Wie wird der Kampf ablaufen? Was sind seine Stärken? Was sind seine Schwächen? Wie willst du die Stärken entschärfen und wie willst du die Schwächen nutzen? Ich will einfach nur reinlaufen und einfach hauen. Das ist es. Ich will einfach nur reinlaufen und einfach hauen. Es ist egal, ob er Stärken und Schwächen hat. Er hat bestimmt seine Stärken, aber er hat genauso seine Schwächen. Ich habe genauso meine Stärken und vielleicht auch meine Schwächen. Aber ich will einfach nur reinlaufen und einfach stehen und mich einfach hauen. Das brauche ich. Genau das will ich bei dem Kampf. Aus dem Grund habe ich ihn gezielt angesprochen. Es geht ja, es ist persönlich. Es ist persönlich gegen den Max. Ja, ich habe ihn gezielt herausgefordert. Ich wollte ihn unbedingt haben. Ich will einfach mal in den Käfig reinlaufen und mich einfach nur kaputt hauen mit ihm. Das ist es. Wie es enden wird, sehen wir dann. Wann es enden wird, sehen wir dann. Aber mein Ziel gerade ist es einfach in diesen Käfig reinzulaufen und einfach mich kaputt zu schlagen mit dem Typen. Ich will ihn einfach nur aufs Maul hauen. Das ist es. Ich brauche das. Es kribbelt im Körper. So. Ich weiß es nicht. Es ist einfach so ein Gefühl. Denn man. Es ist eine Befriedigung. Es wird für mich an dem Abend einfach eine Befriedigung sein. Einfach. Es ist keine. Es ist eine Spannung da auf jeden Fall. Aber es wird mir so gut tun. Einfach mal hauen. Einfach schlagen. Das vermisse ich. Ich vermisse es so sehr. Und es wird bei Max jeden einzelnen Schlag. Es wird wie Kaviar schmecken. Es wird wie Kaviar schmecken. So gut wird es sein. Und deshalb. Boom. Also. Man merkt die Vorfreude ist da bei dir. Ich habe das aus dem Interview so entnommen. Auch bei Max. Ich habe mit ihm jetzt noch mal gesprochen. Aber eins ist Fakt. Bei uns ist er auch da. Bei den Fans da draußen glaube ich auch am 18. September. Habt ihr die Chance euch zu hauen. Vielleicht ein bisschen Kaviar zu kosten. Das Ganze gibt es live bei Fighting auf YouTube. Der große Hauptkampf. Es geht um den Titel im Federgewicht der Champion Mohamed Rabelzi. Bekommt es zu tun mit dem Frankfurter MMA Spirit Kämpfer Max Koga. Dazu gibt es die Viertelfinal Kämpfe der NFC Series. Eine Riesen Card. Man kann glaube ich mit Fug und Recht behaupten. Die beste Card des Jahres in Deutschland. Das Ganze im Maritim Hotel in Düsseldorf. Tickets gibt es bei Eventim. Wer keins mehr ergattert. Schaut euch das Ganze an bei Fighting auf YouTube. Mo, vielen Dank. Das letzte Wort ist wie immer deins. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich möchte mich bei all meinen Leuten bedanken. Auch bei meinen Sponsoren. Bei meinen Leuten, die mir bei der Vorbereitung gerade helfen. Und Leute, verpasst einfach den Kampf nicht. Es wird krachen. Es wird geil. Ich habe richtig Bock drauf. Und lasst euch einfach überraschen, wie es wird. Es wird auf jeden Fall lustig werden. Vielen Dank. Danke. 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 PhD